Uiuiui. Alles echt ein bisschen creepy. Ich bin aber ganz froh, dass wir hier nicht allzu viel bergutachten können. Versperrt. Wir haben hier auf jeden Fall creepy Nachbarn. Das hat uns ja auch schon der Titel gesagt. Ja, dann gehen wir mal in Stockberg 3. Okay, rutschiger Flur. Da ist auch jemand, aber ich komme nicht hin. Da ist jemand, aber ich komme da nicht hin. Niemand zu Hause. Und wer bist du? Hey. Meine Güte. Hast du mich aber erschreckt? Du bist einer von den Neuen aus 402, oder? Mit dieser ganzen Aufregung habe ich ganz vergessen, vorbeizuschauen und heil zu sagen. Ja, sind nur ich und mein Vater. Mein Name ist Sir. Schön, dich kennenzulernen, Sir. Ich bin Lisa. Ich kümmere mich hier um alles. Schau, dass alles läuft, wie es soll. Also, wenn du irgendwann irgendwas brauchst, frag einfach, okay? Sicher, danke. Gern geschehen. Auch hier können wir nicht viel machen. Dann gehen wir mal in der 2-Chance. Niemand zu Hause. Die sind alle weg, oder was? Ja, wer ist da? Hallo, ich bin neu hier. Ich wollte mich mal bei den Nachbarn vorstellen. Okay, komm rein. Joa. Ist ja gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, sein Kind alleine so rumlaufen zu lassen und dann landet das in so einem Raum. Aber er hat coole Sammlerfiguren. Muss man mal sagen. Hi, mein Name ist Saul. Ich bin hier heute mit meinem Vater eingezogen. Was ist denn mit deinem Gesicht los, mein Kind? Oh, ich weiß. Junge Teenager, die neue Generation der Selbstdarstellung. Ich war auch mal jung. Ich verstehe das. Solange du nicht in einer Gang bist. Du bist nicht in einer Gang, oder? Nein, nein, nichts dergleichen. Wunderbar. Und ich bin Charlie. Wenn du meine Sachen nicht anröst, werden wir uns bleiben und verstehen. Ich bin ein Sammler. Ich sammle viele Dinge. Diese Dinge sind so etwas wie meine Familie. Also, was du meiner Kollektion antust, tust du meiner Familie an. Verstanden. Ja, Sir. Kein Problem. Ich werde ihnen keine Schwierigkeiten bereiten. Gut zu wissen. Aber wir können es uns doch ansehen, oder? Weide dich im Ruhm meiner kompletten Sammlung von Glitterpromis. Es ist eine großartige Errungenschaft, sie alle zu besitzen. Zieh sie dir ruhig an, aber denk nicht einmal im Traum daran, sie anzufassen. Was ist ein Glitterpony? Oh. Das war es schon wieder. Okay, das war gerade das geschockte Gesicht. Meine Güte, Kind. Hast du niemals mal Glitterponyes Rainbow Spectacular? Oh Gott. Gesehen. Das ist die beste Serie, die jemals produziert wurde. Ja, ich muss gerade an Bobs Burger denken. Da gab es auch mal so eine lustige Pony-Folge. Sie hat Drama, Action, Romantik, Comedy. Alles, was du dir nur wünschen kannst. Und die Ponys? Oh, die Ponys. Erinner mich bloß nicht daran. Hm, ja. Hm, ich glaube, die Serie kenne ich nicht. Ich muss mal schauen, wo ich die sehen kann. Ja, das musst du. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Okay. Er ist ein bisschen komisch. Hat der nur einen Raum? Er hat anscheinend nur einen Raum. Äh, wo bin ich denn jetzt lang? Ich muss jetzt in die Richtung. Niemand zu Hause. Sieht so aus, als ob niemand zu Hause wäre. Halte ich für ein Gerücht? Irgendjemand baut da was, glaube ich. Hinterfragen wir mal gar nicht was. Besser ist es. Komische Nachbarn haben die ja wirklich. Oh, großer Gott, was für ein fürchterliches, äh, verzeihen Sie. Nochmal von vorne, bitte. Guten Tag, junger Mann. Neuer Bewohner des Addison Apartments Zimmer 402. Wie kann ich Ihnen helfen? Woher weißt du, wer ich bin? Mein Herr, ich weiß über alles Bescheid, dass ich zwischen diesen Wänden abschwebe. Behalten Sie das im Hintergrund. Darf ich reinkommen? Um Gottes Willen, nein. Ich bin sehr heikel, was meine Privatsphäre betrifft. Sie verstehen das bestimmt. Natürlich. Dann auf Wiedersehen. Ja, die sind wirklich alle ein bisschen blöden. Niemand zu Hause? Nein. Was ist hier los? Hallo, junge Mann. Du bist erst heute hier eingezogen, nicht wahr? Ja, Sir. Ich habe schon mit deinem Vater gesprochen. Sieht so aus, als wäret ihr gestern Nacht noch in einem anderen Staat gewesen. Scheint zu stimmen, das ist gut. Versuch uns nicht im Wege herumzustehen, okay? Wir müssen ein Verbrechen aufklären. War es Mord? Darüber kann ich nicht sprechen. Na gut, auf Wiedersehen. Du bist na. Okay, hier in dem Haus ist anscheinend irgendwas passiert. Wir wissen nicht, was... Niemand zu Hause? Ja, was willst du? Ist es nicht ein bisschen früh für Halloween? Ja, das frage ich mich bei dir auch, meine Wunste. Blöde, nichts nutzige Kinder. Eieieiei, die haben ja echt komisch gemacht. Krass. Ja, okay. Mehr können wir jetzt wirklich nicht tun. Wir haben keine Tricker, das ist das Problem. Also gehen wir mal zurück in unsere Räume. Jetzt ist die Frage, ob wir das so richtig erledigt haben. Hey, Kleine. Ja, hä? Ich habe doch alles gemacht, oder? Ich bin so. Minimal verwirrt. Okay. Sorry, face. Sorry, face. Warte mal. Zeugs. Erforsche das Gebäude. Das habe ich doch getan. Oder nicht? Oder nicht? Ich gehe nochmal ganz hoch. Oh. 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 Versperrt. Versperrt. Hm. Okay. Das wird jetzt wieder eine Sorge sein. Jetzt ist alles versperrt, oder wie? Hier ist er kugelig, ne? Und das hat ja vorhin eigentlich auch geklopft. Irgendwas muss hier noch sein. Aber ich kann hier sonst nichts tun. Okay, ich gucke nochmal in jeden Stock. Vielleicht frage ich einfach mal die Putze. Hey, Lisa. Hey, Sir. Wie läuft's bei dir? Wie lange arbeitest du schon hier? Eigentlich arbeite ich nicht nur hier, sondern wohne auch in dem Haus. Ich bin rund um die Ohr auf Abruf bereit für den Fall, dass eine dringende Reparatur von nöten ist. Das ist also die Hausmeisterin, finde ich zum Beispiel auch mal sehr geil, sonst hat man halt immer noch Kerle. Das ist auch mal nicht schlecht. Egal, was die anderen sagen, es ist schön, hier zu Hause zu sein. Ich bin richtig stolz darauf, hier schon seit zehn Jahren zu sein. Es sieht ganz nett hier aus. Da kannst du drauf wetten. Was sagen die anderen über das Gebäude? Oh, über verschiedene Dinge. Dieses Gebäude ist schon über 100 Jahre alt, weißt du? Die Leute beschweren sich immer über das eine oder andere. Aber du wirst keine Beschwerde vermögen. Ich bin eine Frau der Tag. Wenn ich ein Problem sehe, kümmere ich mich darum. Ja, die meisten Leute regen sich über Kleinigkeiten auf. Twitter! Du kannst dir nicht immer über Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen zahlen. Das bringt doch nichts, verstehst du? Da hast du recht. Glaub mir, es ist besser, wenn man nur an die schönen Dinge des Lebens denkt. Konzentrier dich darauf, was dich glücklich macht. Deine Energie ist zu kostbar, um sie für anderes zu verschwenden. Ja, Twitter! Thema Wechsel! Weißt du irgendetwas darüber, was in 403 passiert ist? Der erste Eindruck war sicher nicht gerade positiv für dich und deinen Vater. Wirklich eine Schande. Ich schwöre dir, solche Grausamkeiten stehen ansonsten nicht an der Tagesordnung. Arme Mrs. Sanderson. Wer ist Mrs. Sanderson? Ähm, egal. Es ist besser, nicht an so fürchterlichen Sachen zu denken. Okay, wie kann man denn hier spaßen? Weißt du was? Ich habe einen Sohn in deinem Alter. Ich glaube, ihr würdet euch super verstehen. Er ist unten in unserem Apartment. Du solltest dich ihm vorstellen. Okay, dann gehe ich Haruzan. Super, sein Name ist Larry. Er ist sicher im Keller. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Allerdings wirst du eine Keycard benötigen, um mit dem Aufzug dorthin zu gelangen. Hier, nimm die. Ich habe ein paar zusätzliche. Ja klar, warum nicht? Cool, danke. So, spürt es hier. Selzieser, ich kümmere mich schon lange um die Edison Apartments und habe noch nie einen Goblin oder Geist gesehen. Die Leute haben zu viel Fantasie. Zu viele Süßigkeiten und Gruselfilme meiner Meinung nach. Das kann gut sein. Bis später. So, jetzt haben wir die Keycards. Wunderbar. Geht das automatisch? Ja. Geil. Okay. Oh, mein Auge juckt. So, irgendwo. Jetzt hier der Lawie. Mann, ich freue mich schon richtig, das zu verwenden, mir in die Hölle zu frieren. Sonst kann ich hier nichts machen. Dann lässt die ihr Kind hier alleine im Keller spielen. Viel köstliches Jeansfurt. Ich habe aber keine Ahnung. Und hier wohnen die, oder was? Tatsächlich, die ist jetzt einfach reingegangen, ohne anzuklopfen. Oh, das ist anscheinend der Sohn. Was zum Teufel war das? Will ich das hinterfragen? Ich glaube, wir werden schon noch früh genug darauf kommen. Alles so komisch hier. Die Wohnungen sehen auf jeden Fall ziemlich gleich aus. So, dann gehen wir mal zu Larry ins Zimmer. Überraschen ihn beim, ähm, zocken? Ja? Hey, äh, Larry? Deine Mutter meint, ich soll komm und hallo sagen. Ich bin gerade in 4.02 eingezogen. Oh, hey, komm rein. Tür ist offen.